Warte kurz, aber dann müsstest du ein anderes Auto nehmen, weil du uns dann die übelsten Gegner auf den Hals heckst, äh? Läuft, ey, ich hab mir auch so, warte mal, ich werd auch mal meinen kleinen scheißigeren nehmen, äh? Ich hab mir auch noch einen 3.000, ne, einen 2.980er, äh? Sehr schön. Ähm, hast du gar... Ja, das ist schon Hauptsache, Hauptsache wir kommen vielleicht auf die 3.000 runter, wär ja schon mal ne Ansage. Naja, ich weiß, was da ist. Ach, ein 4.000er, Hauptsache. So... Ich muss dir mal das Auto anschauen, ich hab das so hart runtergeschraubt, ich wollte ein Auto haben, wo sozusagen die geilsten Waffen dran sind, aber ich das kleinste Powerscore habe, um dann kleinlevelige Leute zu visieren und das klappt super. Im Endeffekt habe ich nur eine Karosserie, vier Weifen und sonst nur Knarren, Alter, äh? Naja, einen gefährlichen Generator, ne, damit man noch ein bisschen Power hat und einen Fass fürs Benzin, aber sonst, äh? Alter, taste! 8.26, du bist auf'n guten Weg, wa? Und mal gucken, was die Preise auf dem Markt so sagen... Ja, ich weiß, ey, ich hab's aber trotzdem noch geschafft, mich jetzt auf 700 hochzuarbeiten, selbst mit den beschissenen Preisen, ne? Ich kaufe meistens Motoren und gefährliche Generatoren-Bille hier ein und krieg die dann auch gut. Ich hab' auch nicht viel mit dem Sachen gemacht. Naja, rausgehen, du kannst gern mal runterkommen. Oh, da muss gleich weiter. Auf Tatooine, Alter, der Hahn Solo, Mann. Brauchen wir mal noch einen Generator. Ich versuch das zumindest für 170. Wie hab' ich schwer, Oma? Tacey, bist du fertig? 2800, hör auf, ist gut! War alles gut, wenn du darauf ungefähr bleibst? Oh! Ja, schön, 2800, das sieht nicht gesund aus, ey! Bist du schon starten? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Relativ... Und Raids kannst du nur starten mit Benzin, ey! Läuft! ACV funktionieren Reparatur-Kits, Alter! Ich hab' mir so'n Reparatur-Kit mal 10 gekauft, ne? Aber ich hab' nicht mehr Leben in Raids oder dergleichen! Oh, kacke! Ja, ja, genau! Ja, ja, genau! Ja, ja, genau! Und seitdem ich die Reparatur-Kits hab', steht da immer noch 27 Credits, die Missgeburt, ne? Das musst du einfach im Lager haben, oder nicht, Alter? Eigentlich, ne? Ja, schon. Affe! Affe! Also sind alle so... relativ leicht eingependelt... Affe! Fischer, musst du einen Sound in der Party anmachen, damit wir uns auch noch an deinem Ton beglücken können! Aha! Aha! Ich bin fertig! Uhu! Ne, warte, ich muss noch ein bisschen weit... Zwei Teile... So, jetzt kann man mich auch hören in deinem... Ach cool, das läuft ja, Alter, das läuft! Wie viele Zuschauer hast'n! Ey, unfassbar! Es rappelt hier richtig die Bude, also kein Lampenfieber kriegen, Jungs! Null, ey! Scheiße, hier geht's runter! Ach so! Ach so! Speichere das! Hä, du kannst die Videos relativ... Speichert er da... Du kannst auf Twitch dir die Videos speichern lassen, also auf deinem Profil und so, ne? Und dann kannst du mal die Videobibliothek, Alter, den Kram direkt an YouTube hochladen lassen, ohne dass du dich damit rumschlagen musst! Okay! Und dann der ganze Upload irgendwie im Hintergrund des Browsers, Alter, über die Server von Twitch ab und du musst die alten da nicht gehen! Okay, ja, das hört sich interessant an! Von mir aus, ihr Lieben! Von mir aus, ihr Lieben! Von mir aus, ihr Lieben! Fast oder bist fertig! Fast oder bist fertig! Fast oder bist fertig! Er ist fertig! Okay, läuft! Dann gehen wir uns mal in die Fahrerkabine! Das ist jetzt der Sackflodler 1000, auf jeden Fall! Hey C, bist du eigentlich auch, äh, Drähte und, äh, so'n Scheiß am Einkommen? Ich kann nicht mehr mit euch spielen! Irgendwas stimmt hier nicht! Dann craftest du gar nicht! Aber, äh, holst du das nur zum Verkaufen oder craftest du dann da auch mit? Ich hab keine Ahnung! Also, ähm, sobald ich jetzt meine Waffen habe, die ich dauerhaft fahren will, und dann crafte ich das nur zum Verkauf. Ansonsten crafte ich das nur zum Verkauf. Ansonsten crafte ich das nur zum Verkauf. Ja, ja, du brauchst noch Später, also mach'n Fisch. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mit euch spielen. Es ist komisch, Fischer! Woll! Nein, nimm andere, der... ...eine andere. Auf höhere PS. Ach so, absolut, hast ja recht, warte mal kurz. Ähm, ich bin hier etwas weit nach oben geschossen. Ich versuche nochmal unser Knopf, Fischer. Oh, jetzt. Jetzt hast du... Ja, jetzt funkt, Alter. Nee. Ja, aber ich komm' trotzdem nicht. Er sagt immer, nee. Er sagt, ich hab' nicht genug... Was hast du nicht genug? Maximale Bauteilanzahl erreicht. Ich weiß nicht, was das heißt. Schau mal in dein Baden. Hast du Struktur, Bauteile... ...bauteile hast du nicht. Ähm, Struktur, Bauteile... Ach... Ja, aber ich hab' doch nichts an- oder abgebaut. 42 von 40. Ja, gut, ey. Ja, das ist ein Zweifel. Äh, aber... Das verstehe ich nicht. Das Fahrzeug ist doch so fertig. Ich hab' doch nichts ran- und nichts abgemacht. Ach so, interessant! Ich hab' mich schon gewundert, weil du kannst ja eigentlich gar keine Teile dran bauen, wenn das nicht mehr geht. Also du beim Maximum angekommen bist. Du hast aber so'n Auto geladen. Ne, das ist mein Auto, was ich zuletzt gespielt habe. Damit bist du durch die Weltgeschichte gefahren, oder wie? Ja, und ich weiß nicht, warum er jetzt sagt, dass ich hier zu viel dran habe. Damit hab' ich davor ja schon gefahren. Wenn du irgendwie 42 von 40 teilen hast, oder so, musst du jetzt irgendwie zwei Dinger da wegmachen, oder so? Ja, ja. Wie war denn das? Ganz komisch. Ach, jetzt ist das ganze Auto weg. Aber... Dann hast du wahrscheinlich... Dann hast du wahrscheinlich... Und... Dann lad... Dann lad das Auto ein. Vielleicht war das auch ein Alge... Machen sie jetzt wieder Spannung hier, eh? Spannung hier. So, wie viele Bauteile hat dieses Fahrzeug? Diese Saison-Geschichten finde ich ja auch schwer für'n Arsch, Alter, eh? Ja, ja. Ich hatte mich da versucht mit dem mittleren Ding und dann normale Raids schaffen und so. Du meinst, ich bin in 14 Tagen mal auf die 10 gekommen, Alter? Ich hab's nicht mal mit. Auf'n Tacho gehabt oder so'n Tacho gehabt. Ja. Ich hab jetzt leider wieder 3902 sind. Oh, du Armer, Junge. Du Armer, Junge. Ja. Wo ist mein Fahrrad? Oh, ey. Ich mein Fahrrad... Was ich gekauft habe, dann hab ich... 400... Ähm... Ja... Cool. Machen wir so 4300... Weil... Ich hab' mir nen Motor verkauft, Alter. Ich hab' 911 auf'n Tacho, ey. Ja, läuft. Oh, der mag es auch schwer. So, jetzt noch mal. Ja, da kannst du dich kaum noch durchfucken. Ja, mach' ich sofort. Ich muss grad' mal bei meinem Verlauf gucken. Ich hab' nen Motor schon wieder... Motor schon wieder... Ne, wieder. Wieso zeigt er mir das an? Oh... Ich krieg' auf einmal Sachen in mein Lager. Ich hab' jetzt hier auf einmal nen Motor drin. Ich hab' keine Ahnung... Aber warum... Warum... Warum jammert der denn so rum? Ja, dann geh' auf den Markt... Und dann auf... ...gekauft haben solltest... Ja, hab' ich! Den hab' ich ja gerade auf'n Markt... Welche Tast... Achso, RB... Achso, jetzt... Ich hab's... So... Ja, hab' ich... Aber warum... Das... Versteh' ich nicht, warum das jetzt... Ähm... Auf einmal so rumzickt. Aber bist du jetzt fertig, Fischer? Ja, ne? Okay, hol' dir. Ja, ja, läuft. Ich hab' hinten zwei Sachen abgebaut. Mach' noch mal neu laden, Alter. Das heißt... Das heißt also, ähm... Dass mal vorher 42 erlaubt waren, weil ich bin mit dem Wagen ja schon so gefahren... Und jetzt auf einmal nicht mehr 42, sondern nur 14. Achso, 40. Du hast was... Wir haben ja nicht die EP-Anteil geraubt. Ob die man hier nicht viel Tests wechselt... ...verhalten, einfach... ...zu gratis... Okay, auf, auf, Freunde der Sonne. Wollang ist denn hier der Weg? Tasty folgt mir unauffällig. Da... ...gerade aus schon mal ganz gut. Den hab' ich grad vor die Wand gefahren. Ja, was Tasty? Ja, dann ist ja gut, Alter, ja. Ja, ich hab' immer schön auf die Knarren von denen. Ballern, Alter, ne? Ballern, Alter. Ja, und so erstmal denen die Geschütze vom Dach schießen, Alter. Könnte einem nichts Verlöses. Oh, ich hab'n Rad verloren. Äh... Ja, links haben wir was. Ja, links haben wir was. Ja, links haben wir was. Fickerisches, nerviges. Eisescheiße, die ficken grad richtig meine Ding ins Becken, Alter. Ja, da... War's auch schon. War's auch schon. War's auch schon. Was für Typen sind wir denn hier so unterwegs? Das ist aber recht human, Alter. Keiner, aber 3200. Ja, aber 3200. Wir haben uns den Pöbel ganz gut angepasst. Wir haben uns den Pöbel ganz gut angepasst. Sehr schön, Tasty. Sehr schön. Wenn sie dich jetzt, glaub' ich, in ne Zange nehmen. Und ein LKB-Ding da hast, Alter, ist auch supergut, Alter. Also dieses... Gehäuse. Hätt' ich auch gerne. Das ist Geld. Ich hab's noch besser. Ja, das kostet aber wahrscheinlich Schweinegeld, Alter. Ambi, glaub' ich, Lila, ne? Ganz vergessen! Das ist ein... Ewig, ja. Das ist so. Ach, Fischer, der wurde gleich auch noch ein bisschen angeschlagen durch die Weltgeschichte, ne? Das ist aber ne interessante Geschützkombination, Alter, er läuft, Alter, er läuft. Meine ist zum Beispiel... Wie cool, wie er seinen Geschützter, Alter, angearbeitet hat. Angearbeit. Weil die können durch die Gitter leider schließen, da leider. Äh, äh, die Knarre da oben links, Alter. Wenn du die nicht hättest, könntest du das Geschütz auch nach rechts und links fliegen, gell? Wie sieht das eigentlich ganz schmink aus, das Ding? Wie sieht das denn aus? Der Fischer hat sich sogar bei den Gegnern eingeschlicken, der hat da sogar richtig... Äh, äh, äh... Ja, voll aufgeschoben. Voll aufgeschoben. Das machen wir nochmal gerade. Machen wir nochmal gerade. Machen wir nochmal gerade. Gibt's übrigens sowas wie Fahrer, ne? Da soll doch kein Fahrer... ...er haben willst. Interessant. Irgendwie gar nicht. Irgendwie gar nicht. So, dann... Freigeschaltet haben. Stück ein Stück. Ja, den gleichen Zwischen... ...unziell nicht. Das ist ja auch das... ...äh... ...er... So. So. Einiges getan hier, Leute. Wohnt sich auch. Halt mal ein bisschen auf den da oben rum, äh. Der stürzt auch direkt mal jetzt. Da kommt das erste Affenkind an. Geht aber nicht lang. Die sind auch schon wieder runter, Leute. Auch schon wieder runter, Leute. Oh, die sind auch schon wieder runter, Leute. Oh, der eine hat Raketen da hinten. Ich wollte gerade sagen. Der bombt aber ganz gut vom Berg runter, ey. Oh, ich muss weg. Ich hab noch einen Termin. Biss mich auch ums Eck. Leck mich. Oh, der hat mir in die Seite weggeballert. Komm, wir gehen mal eine Etage tiefer, Alter. Hier unten können wir im Nahkampf sicher noch ein bisschen was regeln. Pacey hockt da hinten an der Kante. Da hinten streift ein bisschen. Oh, da kommt einer runter. Der hat sich auch richtig aufs Baul gelegt erstmal. Hier, da, schnell die Geschütze von dem... Pacey, dir kommt irgendwas hingeben. Viel Spaß. Oh, ich hab keine... Oh, ich hab keine... Oh, ich hab keine Verteidigung mehr. Oh, mein Fahrzeug ist hier nie über. Läuft. Ich hab aber jetzt... Ich bin down. Und ich bin weg. Scheiße, jetzt haben sie mir alle Geschütze weggeballert, Alter. Und mein... Wagen auch noch. Wagen auch noch. Wagen auch noch. Was? Eigentlich ist das ganz gut gelaufen, Alter. Wir haben die Ecke gut Zäule geballert. Zäule geballert. Dann nehmen wir uns ein bisschen überraten, Pacey. Die haben sie jetzt auch da an deiner Ecke entdeckt. So ein Scheiß, ne? Pau, ne? Oh, endlich noch ein Geschütz. Hey, sie schießt auf jeden anderen. Lärm auf den Schütze auf jeden, ey. Oh, endlich noch ein Geschütz. Oh, endlich noch ein Geschütz. Jetzt ein 4 zu 4, Alter. Wir haben auch alle nicht mehr, die meisten. Wir haben auch noch einen Buckel. Wir haben auch noch einen Buckel. Ah, der kann nichts mehr machen. Du brennst, Tasty. Waren sie den Rest-Set gelassen, ey, Leute. Schieß auf sein Geschütz. Da oben über die Brücke fährt grad einer rüber, sieh. Sehr schön. Und da marschieren sie gerade bei uns ein. Ja, den da. Ihr weißt, was sie auch gerne mal zwischendurch machen, ist dann sich einen verfickten Punkt holen, ne? Du hast alle Gegner tot, bis auf einen. Bist mit dem kompletten Team am Start. Und mit diesem einen Punkt, nachdem die Zeit abgelaufen ist, gewinnen die Ufernsöhne noch, ey, Leute. Ja, absolut, ey, das hab ich auch vorhin noch gedacht. Das schickt dich jetzt zur Hölle, wenn du sagst, erst mal ein Vorfeld... Ja, das war das auch für... Wenn sie so... Ne, dann ist es so... So, ja. Ja. Das Ding steigert sich jetzt... Der Klaufer. Hehehe. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Ey, mal gucken, ob sie das noch wieder nachpatchen. Das können die nicht so stehen lassen. Ja, komm, einen machen wir noch. Und dann gucken wir mal gerade ins Menü rein. Ähm... Ines, ich finde, die haben die Schrauben auch an der völlig falschen Stelle angezogen. Ähm... Was ergibt denn das für'n Sinn? Meinen die jetzt, dass alle sich Gold kaufen, um dann das beschissene Benzin zu holen, um dann in Raids zu kurzen? Ja, aber... Aber dann holen die sich doch eher Geld und kaufen sich direkt die Waffen, Alter. Anstatt dann irgendwie den ganzen Weg über Benzin, Kupfer und dann selber bauen zu machen. Weißt du, was ich meine? Ist doch voll Spaß. Und hey, ist die Leine. Da vorne ist schon einer nach links weg. Ihr fahrt mir immer viel zu weit in die Front rein. Ich bleibe ja immer gerne ein bisschen weiter hinten und snipe dann mit meinem Knacken. Da kommt Conor, Alter. Der macht hinter alle Platz. Erste Typen... Hätten wir auch noch so'n CP, aber auch noch so'n Lied. Wollten wir mal alle direkt ausfallen. Also, ich bin down. Ich seh's gerade. Diese linke Seite. Alter, wieder den falschen Typen begegne. Der hat mir in einer Sekunde die kompletten Geschütze vom Dach geschossen. Bums, weg bin ich. Ich hab's da auch wegge... Ey, die sind die Gegner hart in der Unterzahl. Die sind die Gegner hart in der Unterzahl. Die ist auf die Ostgeschütze? Yes, wunderbar. Jetzt haben wir... Keine... Haben wir aufs Flugzeug. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab' gern überlebt. Dann würde ich auch noch ein bisschen Benzin abstauben. Ich hab' noch mehr Kackflöhe. 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 Na, wem ist denn das Ding? Allschrott, Digga. Allschrott. Allschrott. Kackflöhe. 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 Na gut. Na gut. Na gut. Okay. Wir sind aufm Weg. Nackt aufm Weg. So, und jetzt... Das Lenkrad, oder was? Lenkrad, oder was? Ja. Dann gehst du jetzt drauf. Und da kannst du dir ne Mannschaft rausziehen. Interessant, ja. Interessant, ja. Und jeder kann was anderes erlernen, wie du siehst. Eine andere Reihenfolge, quasi. Ich hab' auf jeden Fall am Steuer hier schon einen sitzen. Du schaltest die dann auch frei, ey. Dann auch frei, ey. So Scavengers und Nomads, auf jeden Fall. Ja, Mann. Ävelt der denn auf, Alter? Ja, auf, Alter. Indem du einfach so mit dem fährst. Ja? Der hast du im Hintergrund passiv ausgerüstet. So, und meiner kann schon Strukturpunkte des Fahrzeugs um 1% erhöhen. Allgemein. Maschinengewehr und Minigant um 1% mehr Schaden. Kronflinte um 1% mehr. Das ist ja auch echt schnucklig, muss ich ja sagen, Alter. Maschinengewehr und Minigant Schaden plus 1%. Du hast Perseus, Alter, oder? Perseus, Alter, oder? Ich hab' mir den Generalist in allererst. Perseus wird mir das nur mit Maschinengewehr und so angezeigt, aber... Ja, der kriegt das in einer anderen Reihenfolge. Okay. Der Generalist kriegt das als Zweite. Erst hab' ich schon abgeschlossen, Fahrzeugstrukturen auf jeden. Und das Zweite mit Maschinengewehr, mach' ich jetzt auch gerade. Gilt für dich natürlich auch, ne, Sam? Ja, du kannst auch mal innen und den Fahrer ausziehen. Hab' ich schon. Okay. Was kann Lerner, äh, die Schaden? Na gut, dann machen wir noch eine Runde oder zwei und dann, äh, wechseln wir, glaub' ich, auch mal rüber zum Microschie. Dann trinke ich jetzt erstmal meinen Tee. Schade, dass ich mir eure, dass ich mir eure anschauen kann, äh... Ja. Spiel! Ja, ja. Aber... Ja, ja, klar. Mal wär' eine privaten Garage mal... Ja, und zumindest das Fahrer, das wär's cool. Okay, Freunde. Bei der... Starte... Ich hab' gestartet. Push den Back und starten. Ach so, ich bin das. Alles cool. Alles cool. Ich hab' das schon 20 Mal gedrückt, ey, Wahnsinn. So, geh' ich doch mal grade auf Twitch hier schauen, also auf PC-technisch. Ähm... Wenn du... JJ, du streamst hier öfters. Ähm... Warum... Vielleicht kannst du mir das erklären. Warum bricht manchmal automatisch das Streamen ab? Bei mir speziell oder bei euch? Ja, ich hab' vorhin ein bisschen gestreamt und dann hat das einfach aufgehört zu streamen. Mittendrin. Hab' ich gar keine Probleme mit beim Mixer. Ich muss auch sagen, die ganze Video-Qualität ist beim Mixer besser, aber... Aber Mixer hat eh schon bei mir verloren, Alter, weil ich da keine Videos wegkriege, Alter. Die werden dann für zwei Wochen in die, ähm... Naja, in deine Bibliothek reingeknallt und dann automatisch gelösst. Du hast keinerlei Möglichkeiten, die auf dem PC runterzuladen oder irgendwie auf YouTube hochzuladen oder weiß der Geier. Find' ich ein bisschen wehentlich. Ich hab' echt geilen, äh, halben Stunde Nummer gehabt, Alter, wo ich Endbosser, Alter, mit unseren Amis auf Arc und so gemacht habe. Ja, absolut, deswegen bin ich schon ein bisschen hier wieder zurück, Alter, geschwommen. Ja, ganz schöne Aufdringliche, die kommen ja richtig angeprasht. Ey, das ist eine neue Karte, kann das sein? Ich hab' noch nie eine Zusammenstoßkarte in Grün gezogen, äh... ... ... Ey, der fickt gerade wieder meine Geschütze weg, leckt mir den Arsch, Alter. Ich weiß auch nicht, warum ich... Ich mag mein Auto nicht, Alter. recht sporadisch gebaut damit wir haben aber auch ein paar härteren nummern die da am starten ja alles 3,000 aber dein auto ganz hübsch aber dein alter cool was hat er denn granatwerfer in kurde coole farbe drauf jetzt wird der platz klein gehackt er schießt ihn und hessen war das war das ende ja das war's für dich das war das der letzte was bringt die drohnen ist das spiel eigentlich cross-over oder cross-out er aus aus Boss out! Ich hab die Raketen drin, zwei Stück, um in der Garage zu stehen. Oh... Was könnte ich mitnehmen? Mal gespannen... Ich mach mal wieder einen neuen Versuch, den Scheiß auf YouTube hochzuladen. Letztens hat er ein bisschen anstreikt, aber... Naja, hat ja immer mal zwischendurch seit einem von den Ruten, ne? Ja, auch mit dem Ding hier. Wie gesagt, du schaffst, haben wir es auf jeden Fall. Und es ist alles durchgegangen, aber... Ich hab mich gerade auf den Ruten gelegt, Schildkröte. Ey, irgendeiner ist nicht weit von mir. Fischer! Ja! Wenn ich das kann... Dankeschön! Ähm... Geht das? Na, nochmal bitte, ey, der hat noch nicht ganz gesessen. Ey Hammer, mein Auto ist so scheiße, das kannst du nicht mal mehr richtig drehen. Doch, 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 doch! Jetzt muss man mir noch einen Schubs geben! Ah, die Kuhle da ist so scheiße. Ey, schubs mich nochmal von vorne an, Fischer. Oh Gott, oh Gott, okay, wir stehen, wir stehen, wir können wieder ab in den Kampf, alles cool. Ich finde das eh voll geil, der ist trotzdem. Da sind auch welche umgekippt, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, ich hab nur ganz sporadisch, Alter, damit ich vom Powergrad irgendwie so klein wie wirklich bleibe. Oh nein, ich kippe vorne über! Oh nein, ich kippe vorne über! Ja, das... das war nötig, damit ich das... ... noch knapp, wo es noch 3.000 fallen kann. Nein! Irgendwas hat die abgefangen, wer läuft. Noch eine, noch eine, die kommen jetzt! Oh, Fischer rettet mich wieder, ich liebe dich. Fischer fängt auch jetzt schon die Raketen für mich ab, Alter. Die haben richtig verkackt, muss man da aber zu sagen, ey. Kannst ja auch aus der Luft wegschießen, der grandios, Alter. Wir fahren mal zur Base zurück, Alter. Wir fahren mal zur Base zurück, Alter. Wir können ja eh nicht mehr viel reißen, die gewinnen, aber dann ärgern wir den wenigstens. Der ist alleine, ja. Alleine, ja. Ja, was hat der denn da auf dem Drupel, ey? Das haben wir auch noch nicht gesehen, Mann. Abwehrsystem. Wer steht in der Dampfhammer? Immer wie noch platt, Alter. Dankeschön. Ja, auch noch platt. Ey, ich hab noch all meine Knarren gewickst, Alter. Wenn mir mittlerweile ein Reifen fehlt, aber das muss ja keiner wissen. Ich stehe wieder, ich stehe wieder! Nein! Schon, Baby? Ja, 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 genau! Ich fahre wieder! Fahre wieder! Pass auf, da kommen welche. Ich hab noch zwei Typen bis jetzt umgebracht, Alter. Und das mit meinem Krebel-Auto hier. Okay, jetzt hab ich verkackt euch. A zur Hölle. A zur Hölle. Eine kleine schnuckelige Klarre schießen die auch meistens immer mit einem so'n Geschützschlag weg, Alter. Einmal eine Panzerrunde starten, du nimmst deinen krassesten, ich nimm meinen krassesten und Fischer muss einmal kurz leiden und mit uns mitfahren. Ey, das ist liga crazy. Einmal jetzt zum Abschluss, ne? Einmal jetzt zum Abschluss, ne? Einmal jetzt zum Abschluss. Weil mit dem funktioniert er auch schon besser. Ich sehe einfach nicht ein hier bei, ähm, Twitch. Also ich sehe ihn schon weg. Ja. Was für ein Schiff. Wir holen jetzt die ganz harten Geschiffe. Achso. So. Ich lade jetzt meinen 5000er. Und breit gedrückt. Dann ruf, wo könnte man das vielleicht auch noch schließen. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Jetzt kann ich das nicht gut übertragen, äh, die letzten... Äh, die letzten... Äh, die letzte... Neue irgendwie auf YouTube. Ich hab... Ich hab... ...2190... ...Punkter... ...Struktur... ...Welderanbaut. Strukturpunkter hast du? Strukturpunkter hast du? Strukturpunkter hast du? 2190... Das muss ich jetzt... Ich hab... ...131 bescheidene. Wie viele Bauteile darfst du eigentlich verpflanzen mittlerweile? 56 mittlerweile und ich versuche... ...das letzte... Arsch! Arsch! 45... Achso. Dann... ...Morgen oder übermorgen an... ...und dann kann ich das abholen. Juhu! Oh, Facebook muss aktualisiert werden. Okay, dann machen wir das mal. Ob der das jetzt hochlädt? Wir haben einen Balken bei Twitch ganz an, der mir den Fortschritt dieses... Wohl nicht mehr. So, wir können. Wie läuft. Wie läuft. Ah, holen wir uns mal eine Fahrradkappe. Da kann er auch mitmachen. 1.172... Was für ein Monster uns jetzt sich aber am Weg lauten... ...und andere Schildern auch... ...Armor Fischer... ...Armor J-Do... ...Armor J-Do... ...Armor J-Do... Wie kommt noch? Egal, schon wieder neue Karten. Wie ist er denn? Finde ich richtig gut, Alter. Ja, ja. Voll Style, Alter. So, kein Schiff sieht aus wie eine Schildkröte. Ja. Panzer, aber... Nein. Aber meiner sieht auch geil aus, ne? Den Aufständen, den Sprechen. Fertig auf Holzstücke. Wo wir wackeln... Pass auf, dass ich nicht seht, dann Robios, Alter, ey. Robios, Alter, ey. Ganz geschick... Ja, ganz großes Kino, Tasty, du und dein Schiff, Alter, ne? Schiff, Alter, ja? Schiff, Alter, ja? Schiff, du... Ja. Wir verlieren gleich hier. Ihr wird geschubst, ihr wird umgeworfen, ihr wird nicht geholfen, nichts. Das ist so asozial teilweise, Alter. Och, naja. Das war's. Och, naja, ich mag die Leute hier doch, oder? Och, naja, es war scheiße gelaufen. Ja, scheiße gelaufen. Ey, der eine sieht schön Silber aus hier. So richtig glänzendes Silber. Das Silber, was die Leute sich... Ich hab schon wieder nur noch eine Knappe, ey. N.O.F. Immer diese Schildkröte, ja. Ein Haarfuhr, ey. Was war denn das? Ja, ey. Ich hab jetzt gekommen, da haben die... Die haben schon ein Equalizer... ...und den hätt ich ja auch... Die 7, 7, 6, 1, 7... Aber das ist ja noch nicht ausgereift, meine Fahrzeuge. Und dann guckt sich hoch, komm nicht um grob. Ein so ne bekloppte Runde machen wir jetzt noch mit den Verrückten und dann geht's los. Äh, mit Micro-Machines. Äh, mit Micro-Machines. Ja, ist der Sven auch da, oder ist der... DITRUS! 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 Der hat sich jetzt so ins bockige Exil verzogen, so... Ah, die spielen Cross-Out! Ah, die spielen Cross-Out! Mann, wieso hab ich so Kopfschmerzen? DITRUS, dann schwing mal deinen Arsch wieder in die Party zurück. Wir zocken jetzt Micro-Machines oder nicht, du Arsch! Auffang! Da hat sich einer druckgestellt, innen gerissen, innen gerissen. Das ist ja ein Schaden, macht der Ruhe und so, das ist ja nicht mehr nur ehrlich. Da oben, Alter, auf dem Stein, Alter. Ja, der hat eigentlich mal leider gebraucht. Oh, Alter, Alter, das ist gar nicht so eine fette Sub-Anlage oder so, aber nicht wie die Minasor. Da sind die dicke KMGs, die dicke KMGs. Ey, stimmt, diese KMGs-2-Teile, ne? Ich sag einfach, da hilft, man. So, also, das ist schon nicht mehr schön. Hier ganz fleißig hinten aus der Ecke auf die ganzen Ab- und Ab-Schief. Das funktioniert super. Keiner checkt, dass ich mich leider krisiere. Oh, oh, irgendwas schießt von rechts auf mich. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Der hat mir schon wieder eine Karre hier vom... Da geballert. Da geballert. Der Oliver, ne? Der ist gleich platt, nur. Der Oliver, ne? Der ist gleich platt, nur. Ja, der mit dem fetten Geschütz, Alter, ne? Den sehen wir, sind echt gut dabei gerade, ne? Läuft. Ich nehme, ich nehme die gegnerische Basis. Sehr schön, Digger, sehr schön. Doch ist hier kein Feind, aber da kommt bestimmt gleich einer. Der ist die Kennis, Alter! Der ballert mich schon wieder im Grunde. Ey, die fahren auch in dich rein mit dem ganzen Scheiß da vorne an der Front, ja? Und du bist innerhalb von zwei, drei Sekunden zerflückt, Alter. Das passiert in diesen 2-3000er Power-Store-Dinger nicht, ey. Ich habe noch die Geil mitgenommen, doch. Schön. Ich habe noch die Geil mitgenommen, doch. Schön. Ja, komm, mach mal jetzt noch gerade, zieht was das sicher auch noch nicht. Ah, schau mal. Der Junge ist noch nicht wieder am Start. Der ist schon wieder im Gatten oder so für eine Stunde, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, aber egal, passt schon ganz gut. Dann mache ich gerade mal ARC an, gucke, ob die Tiere alle soweit gefüttert sind und dann kommt... Jaaa. Mein Tee ist alle. Na gut, dann erstmal Schicht urscht mit Crossup und wir machen uns zur nächsten Hauptzeit. Tschööö. Tschöö.